Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Heute gibt es ein sehr belastendes Thema an der Stelle, deswegen eine Trigger-Warnung. Diesen Daydream hat ein Video hochgeladen mit Can von Apple War Pictures. Soll Minderjährige haben. Sehr heftiges Thema. Die Reaction nehme ich am 27.02. hier gerade auf. Ich mache dazu ebenfalls ein Video auf dem Hauptkanal. Das wird nochmal einiges zusammenfassen und größer behandeln vielleicht. Es ist sehr heftig. Es ist einfach sehr, sehr heftig. Und wir gucken uns jetzt an, was da passiert sein soll. Das Ganze sind keine Fakten, sondern sind momentan Anschuldigungen und Vorwürfe, die im Raum stehen. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal rein. Wir werden gleich zwei Videos hintereinander anschauen. Das heißt, einmal erst das Thema und dann noch Statements zu Can, Fans und weitere ehemalige Mitglieder. Also da werden auch die Statements mit behandelt. Zusätzlich gab es jetzt noch ein Video mit Zeo Statement dazu. Vielleicht hängen wir das noch mit hin ran. Müssen wir einfach mal schauen. Irgendwie wurde Zeo auch mit genannt, aber keine Ahnung. Ich habe davon nichts. Also für mich war so Can so die oberste Baustelle, sage ich mal. Ich würde meinen, wir legen los. Abfahrt. Achso, übrigens, will ich es ja nicht vergessen. Wir haben heute die 69.000 Abonnenten geknackt und wir sind gerade wirklich auf dem letzten Meter zu den 70.000. Deswegen lasst gerne ein Abo da, würde ich mich super freuen. Und rein da ins Descent Daydream. Der Hahn legt keine Eier. Eigentlich ganz andere Pläne für das heutige Video, aber ich möchte mit euch jetzt ganz dringend über etwas sprechen, das mir zuhauf in die Twitter-Timeline gespült wird. Ich habe ganz schnell recherchiert zu dem Thema und möchte euch meine ersten Erkenntnisse dazu mitteilen. Es geht um Can von Apple Watch Pictures dazu, dass er Grooming betreiben soll, dass er Minderjährige missbraucht haben soll und was das Ganze mit sich gezogen hat. Also, vorneweg, es gibt ein ehemaliges Mitglied von Apple Watch Pictures, das man immer wieder gesehen hat. Lucy war damals ihr Name. Mittlerweile ist sie als nicht-binär geoutet und der heißt jetzt Sam. Okay, hier wird nochmal geschrieben, bitte pausieren zum Lesen. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir das splitten, sehen, dass diese Reaction, also dieses Video hier einzeln kommt, diese Reaction und das andere dann auch nochmal einzeln kommt. Weil wenn wir das jetzt durchlesen, dauert das ja noch ein Stück. Wir können mal ganz kurz gucken, was unter anderem geschrieben wird. Hier schreibt sie nochmal zum Kontext, dass 2021 hat sie sich als nicht-binär geoutet. Deswegen heißt sie jetzt Sam-Echse und nicht mehr Lucy. Und hier wird es spannend. Das ist ein sehr, sehr krasser Tweet, so wie ich sehe. Bismo, danke für den Sub. Ich habe, ähm, ja, Can hat mich und genügend andere gecroomed, wirft sie ihm hier vor. In meinem Fall haben wir uns damals, äh, ich noch als Fan mit 15 und er als mein damaliger Lieblings-Youtuber mit über 30 kennengelernt und sehr gut angefreundet. Und dann ging es auch sehr schnell in die sexuelle Richtung. Das ist schon crazy. Sam hat einen sehr langen Tweet auf Twitter verfasst, der dann auch auf Instagram und TikTok geteilt wurde, so weit ich das mitgekriegt habe. Okay, okay, warte. Hier kommt dann gleich das nächste. Diese Freundschaft Plus ging dann die ganzen Jahre, also über mehrere Jahre. Einfach, ey, sie war 15 zu der Zeit. All die Jahre, in denen wir Videos gemacht, von, äh, was? In denen Videos gemacht, äh, ey, bin ich dumm? All die Jahre, in denen wir Videos gemacht, ach, von Convention zu Convention gereist und sonstiges öffentlich gemacht hatten, bis zu dem Zeitpunkt, als ich, ich glaube, 2019 oder Anfang 2020 dachte, ich wäre lesbisch. In dem Zeitraum habe ich ihn gebeten, den Plus-Teil, also das, äh, Erotische, ja, zu beenden. Und als er es gecheckt hatte, dass das wirklich beenden bedeutet, haben wir es auch eingestellt. Nicht lange danach verlief sich unser Kontakt zueinander immer mehr und hörte schließlich auf. Boah, ey, das ist, also es ist niemals, ja, es ist niemals normal, dass ein Ü-30-Mensch mit einem anderen Ü-16-Mensch irgendwas zu tun hat. Weder freundschaftlich ist das noch, äh, ist das normal, also da muss es was ganz weird, da muss eine ganz weirde Kombination sein, äh, noch in, in anderen Richtungen, ja, wo wir uns hier gerade bewegen. Das ist niemals normal, ja, also deswegen finde ich das, das ist ein sehr krasser Fall. Und noch krasser ist, dass sie nicht die einzige war, die ähnliche Sachen erlebt hat, ja. Das einfach macht, das braucht 100 Prozent, vor allem, also natürlich, das sind Vorwürfe, ja, wir reden jetzt von den Vorwürfen, wir reden jetzt nicht davon, ob das genau so gewesen ist, aber wir können uns ja jetzt gerade nur auf das beziehen, äh, wenn dem so ist und wenn dem komplett so war, ja, dann geht das gar nicht und ist auch nicht zu rechtfertigen. Dann ist es einfach, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt erlaubt ist, aber keine Ahnung, also nee, wir bewegen uns jetzt einfach mal auf dem moralischen, auf der moralischen Ebene geht das einfach gar nicht. Ne, vor allem, du bist ein YouTuber, die Leute sehen auf dich auf und du nutzt die Fans dazu, um gewisse Dinge zu bekommen, ja, so wie es hier gerade geschrieben ist. Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr verwerflich einfach. ...wo eben darüber gesprochen wurde, dass Day gegroomt wurde. Grooming ist eine gezielte Kontaktaufnahme von erwachsenen Personen gegenüber Minderjährigen, die dann das Ziel hat, sexuell zu werden. Das heißt, wir haben es hier mit sexuellem Missbrauch zu tun und in weiterer Folge sogar... Also bei Grooming ist es praktisch, die Absicht ist, diesen sexuellen Kontakt herzustellen. Und das ist hier, wie es geschrieben wurde, der Fall gewesen. ...damit Machtmissbrauch, da Can gezielt anscheinend auf Fans gegangen ist. Ich habe bei meiner Twitter-Recherche jetzt noch von zwei weiteren Personen erfahren, die drüber schreiben, dass Can auf sie zugegangen ist. Bei einem der beiden ist es rein digital geblieben. Also die haben sich nicht in real... Okay, hier schreibt noch Yo, ich hatte auch Kontakt mit Can aus Apple war gehabt, als ich 19 war und das war unangenehm. Es ging auch schnell ins... Aber ein Glück kam es nie zum Treffen. Bei Sam ist es besonders eklig, weil Day 15 war und er über 30. ...getroffen und beim zweiten kam es dann tatsächlich anscheinend zum sexuellen Kontakt. Da wurden dann auch Bilder miteinander geteilt. Ich finde eins ziemlich heavy und Carina Pusch fasst das ganz gut in Worte schon am Rande erwähnt, wer das noch nicht mitgekriegt hat. Carina Pusch ist... Was hat Carina geschrieben? Weitere Missbrauch in YouTube-Szene. Can von Apple war gehörter zu den Urgesteinen von YouTube. Ich habe ihn selbst kennengelernt und kann meine Enttäuschung gar nicht in Worte fassen, dass er mit Ü 30 Jahren Kontakte mit minderjährigen Fans eingegangen ist. Das ist generell... Also überhaupt irgendwelche Intimsachen zu schreiben, das ist schon völlig absurd als Ü 30-Person, einer so jungen Person gegenüber. Aber dann noch zu treffen, eine Freundschaft plus zu führen, wie es beschrieben wurde hier. Boah. Das ist ein ganz, das ist ein ganz, ganz hartes Stück. Gut, in Worte schon am Rande erwähnt, wer das noch nicht mitgekriegt hat. Carina Pusch ist diejenige, die gegen Apple Red den Fall gewonnen hat vor Gericht, wegen sexueller Belästigung. Das Problem hieran ist, dass Can anscheinend jetzt erkennt, dass er ein Problem hat, dass er sich in Therapie begibt, denn Sam schreibt darüber, dass er nochmal persönlich vorbeigekommen ist, was richtig schlimm ist, denn das triggert einfach auch das bisherige Traume nochmal. Und dass er dann zugegeben hat, auf Minderjährige zu stehen. Was hat ihn damals auch getroffen? Allerdings war er recht arrogant mir gegenüber. Ich muss an der Stelle sagen, ich kannte den nicht mal. Aber nie war es von ihm gehört. Ich wusste, es gab Apple Watch Pictures. Ich wusste, dass Urgesteine waren, aber die waren halt, als ich angefangen habe, so richtig mit YouTube, auch hier mit dem Hauptkanal, jetzt bei mir seit sieben Jahren, waren die fast permanent inaktiv gewesen und dementsprechend, keine Ahnung, also habe ich ehrlich gesagt gar nichts von mitbekommen groß. Deswegen kenne ich da auch keine Person. Die einzige Person, die ich kenne, weil wir auf Madeira zusammen unter anderem mit waren, ja auch random, ich kenne ihn davor auch nicht, war Master Jam. Aber bis auf Master Jam, also der war ja auch irgendwie bei Apple Watch Pictures, kenne ich niemanden dort. Und dass er sich deswegen in Therapie befindet. Es ist zwar einerseits löblich, dass man sich in Therapie begibt, auf der anderen Seite sehe ich das genauso wie Carina, dass er einfach mittlerweile keinen anderen Ausweg wahrscheinlich mehr sieht und deswegen ausgerechnet jetzt sich in Therapie begibt und nicht schon sehr viel früher. Chan hat daraufhin dann seinen Twitch-Account anscheinend deaktiviert, hat aber noch folgendes, was ich jetzt gerade einblende dabei gesagt, ich konnte leider... Okay, er hat gesagt, angeblich, ja, ich bin auch manchmal echt scheiße, ich war auch einfach viel scheiße, ich war auch zu ganz vielen Freunden scheiße, ja, auch auf so vielen Leveln, dass ich mich gar nicht entschuldigen kann für die ganze Scheiße, die ich verbockt habe. Aber was soll ich machen? Ich entferne mich jetzt einfach aus dem Internet und hoffentlich reicht es damit. Ja, aus dem Internet entfernen natürlich, aber du hattest, hatte er sich nicht schon davor so gut ist, also hatte er sich nicht schon davor sehr krass aus dem Internet gezogen, zumindest habe ich Ewigkeit, also ich habe den nie gesehen, ich habe den auch nie wahrgenommen. Auch Apple über Pictures hat das letzte Video vor über fünf Jahren hochgeladen. Ich wusste nicht mal, dass die überhaupt noch irgendwas macht. Alter, kein Video davon ausfällig machen, da alles schon weg war. Auch im Webarchiv habe ich nichts mehr gefunden. Ich habe dafür aber etwas anderes gefunden und zwar einen Account, der schon im Juni 2022 darüber geschrieben hat, dass Can seinen Twitter-Account gelöscht hat. Zu dem Zeitpunkt kamen offenbar erstmals schon so große Vorwürfe ans Licht, dass er Leute gegroomt haben soll. Dazu habe ich jetzt auf die Schnelle leider nichts gefunden. Ich habe auch damals nichts mitgekriegt, was da passiert sein soll. Das Ganze dürfte aber schon weiter nach hinten gehen, weil im März 2022 gab es diesen Tweet vom selben Account, wo dann eben schon drüber geschrieben worden ist, ob wir jetzt ein Archiv brauchen von Apple War Pictures oder ob das vielleicht andere Gründe hat, dass Can gerade keine Aufmerksamkeit von außen haben möchte. Und da ging es um Folgendes. Und an der Stelle muss ich aber sagen, Apple War wird nicht vorkommen, weil Can hat mich gebeten, yo, ist es vielleicht okay, wenn du jetzt nicht auf Apple War reagierst? Einfach aus dem Grund, ich kann mich damit nicht mehr so identifizieren. Und bei mir im Stream fragen ständig alle, was ist mit Apple War, was ist mit Apple War, kommen wieder Apple War Videos, hast du noch mit Apple War Leuten Kontakt und so weiter und so. Can hat, beziehungsweise hat er einen Meerschweinchenkanal. Wie ist ein, wie hieß der, Merit oder Merdi? Ich weiß es nicht, aber ich habe es nur mitbekommen, aber ich habe es nie angeguckt oder so. Und ich kann es voll verstehen, dass er keinen Bock darauf hat und deswegen werde ich da jetzt erstmal auf keine Apple War Videos reagieren. So, das muss man respektieren. Ich respektiere das komplett, sonst hätte ich auf Nerds vs. Nerds reagiert, aber das werde ich einfach aus Respekt heute nicht machen. Aber es gibt noch zig andere Videos, wo ich vorkomme und auf die können wir uns, ja, also das können wir uns gerne angucken. Also wenn man denkt, dass die ganzen Vorwürfe zu dem Zeitpunkt gerade kursiert sind, dann könnte man tatsächlich meinen, dass das mit dem im Zusammenhang steht. Ich möchte auch andere Dinge kritischer betrachten, die damit jetzt zu tun haben, wie zum Beispiel, was dieser User schon richtet. Äh, das, die Einblendung war offensichtlich nicht neu von iPlali, äh, weil es ja der gesagt zu der Zeit, ja. Also die, es gab schon angeblich, soll es Vorwürfe gegeben haben, schon 2022, ich glaube, von der Zeit sprechen wir. Und, äh, das hat iPlali gerade gesagt. Und, äh, die Vermutung war jetzt gerade nur, bei der Thematik, dass Can schon, schon damals, äh, nicht wollte, dass da die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet wird, weil sonst könnten ja sämtliche Dinge hochgeholt werden. Das war jetzt bloß, das waren jetzt die Vermutungen. Ja, gehe ich jetzt mal davon aus. Der hatte scheinbar den Kanal, die Mary's. Alter, 270.000 Abos? Was? Warte, ich dachte, das ist so ein Kanal mit 10.000 Abos. Junge, was? Hey, das ist ja unfassbar heftig. Ist, ist ja das hier. Also, zeigt er sich das sogar noch? Warte. Hey, wie heftig ist das denn? Er zeigt sich auch noch. Wie geil ist das denn? Alter, das ist ja crazy. Junge, hätte ich niemals gedacht, dass es einen Meerschweinchenkanal in Deutschland gibt, der 270.000 Abos hat. Holy shit. Richtig schreibt, dass es einfach total weird ist, wie viel Kontakt er auch durch Conventions immer wieder zum Minderjährigen gehabt hat. Es gab ja, und das habe ich mitgekriegt, weil ich ja durch Self-Esteem sehr viel auf Conventions war. Rune, das ist ja so ein Händler, der hat so Plüschtiere, die kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr Anime-Manga-Fans seid. Rune hat oft Stände gehabt und da war oft dann auch Apple War Pictures vor Ort. Und da hatten dann Fans die Möglichkeit, Fotos mit ihm zu machen und da hatte Chan natürlich direkt einen Zugang zu ganz vielen Minderjährigen. Also es gab ja sehr viele Fantreffen unter Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob es jetzt offizielle Fantreffen nur von Apple War Pictures gab, aber auf Conventions kamen sehr, sehr viele Leute und ich habe es auch immer wieder mitgekriegt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, kannst du mir sagen, wo ist denn der Stand von Apple War Pictures? Und ja, ich muss ehrlich sagen, meine Sensoren haben bei Chan immer sehr laut geschrillt. Ich hatte nichts mit ihm zu tun. Ich wollte auch nichts mit ihm zu tun haben. Wenn er gekommen ist, weil ich gerade mit wem gequatscht habe, bin ich meistens direkt auf dem Fuß umgedreht und gegangen. Also anfangs dachte ich noch selbst, dass das ist, weil ich einfach wegen meiner Sozialphobie, dass ich mir dachte, oh, ein Mensch, mit dem ich noch nie geredet habe. Ich gehe mal weg, ich mag das nicht. Aber irgendwie sind dann meine Alarmglocken immer lauter hochgeschrillt. Also ich mochte ihn persönlich nicht. Er hatte einfach so komische Vibes und kann jetzt da mehr zusammen... Alter, sie hat Glück gehabt. Muss es nicht. Aber ich bin mittlerweile tatsächlich froh, dass ich das so gehandhabt habe, dass ich nicht mehr mit ihm zu tun gehabt habe. Ich kann mich noch erinnern, dass Sam mal eine Kette bei mir gekauft hat und ich wünsche ganz, ganz von ganzem Herzen Sam alles Gute, dass das wieder besser wird. Und ja, also ganz, ganz schreckliche Geschichte. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch etwas zeigen, das ich richtig heavy finde. Ich habe, weil ich eben Apple Watch Pictures nie geguckt habe, das Einzige, was ich immer geguckt habe, war Tense Makes Sense und Tense fand ich richtig cool, weil ich mir dachte, oh, Wissenschaft, Intelligenz und bla. Muss mir aber jetzt eingestehen, ich frage mich, inwieweit das restliche Team von Apple Watch Pictures da involviert war, insofern, dass sie darüber Bescheid gewusst haben, zumindest. Denn die waren ja alle relativ... Das finde ich auch weird. Also so wie ich es mitbekommen habe, waren die eigentlich alle sehr gut miteinander connected und es war ein Freundeskreis auch. Und dass man das nicht mitbekommt, dass ein Ü30-Jähriger mit Fans was zu tun hat und das nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal laut den Vorwürfen, ja, wir reden ja nur von den Vorwürfen, ob das, wie gesagt, ob das dann alles so genau der Wahrheit entspricht, wir können es nicht sagen, aber wir können jetzt nur auf das beziehen, was überhaupt öffentlich steht und Cana hat sich auch noch nicht geäußert tatsächlich, also noch nicht weiter großartig dazu und das ist schon, das ist schon weird, ja, dass ein Ü30-Jähriger irgendwas zu tun hat mit einer U16-Person. Wie kann man das nicht, also und die haben sich, die sind ja auch zusammen zu irgendwelchen Conventions, wie man es jetzt gerade gehört hat, also das heißt, man hat das ja auch gesehen, dass die irgendwie was miteinander zu tun haben. Ich finde es weird, wie kann das kein, wie kann das niemand mitbekommen haben. Also, was ich verstehen kann, wo man es nicht mitbekommt, ist vielleicht, wenn ein Freund einfach irgendwie eine Kacke macht, ja. Wenn ich jetzt einen Kumpel habe und der macht irgendeine Kacke und verheimlicht das, okay, muss ich nicht mitbekommen. So, aber in dem ganzen Freundeskreis, die hin und wieder zu Events dort machen und dort sogar die Person mitgenommen werden, dass man da gar nichts mitbekommt, finde ich komisch. eng befreundet und ich denke, ich bin nicht die Einzige, die sich da jetzt eine Einordnung von all jenen Personen wünscht, die rund um Can zu Apple War Pictures gehören oder auch von seiner Freundin zum Beispiel, denn ich frage mich, ob sie das mitgekriegt hat. Und auf dem Kanal von Apple War Pictures, darauf wollte ich eigentlich hinaus, gab es ja immer wieder mal so Frage-Antwort-Runden und bei einem Video, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, ging es darum, eine Beziehung mit einem Fan einzugehen. Das sagen Tens und Can dabei. Würdet ihr eine Beziehung mit einem Fan eingehen? Nein! Sex auf der anderen Seite? Nein! Die vergöttern sich halt für den, der du bist im Wie- Well, that didn't age well, yeah. Bin mir sicher, ich bin nicht- Sex auf der anderen Seite? Nein! Die vergöttern sich halt für den, der du bist im Video und nicht für den, der du bist in Wirklichkeit. Also ausgerechnet von ihm noch die Begründung zu hören ist sehr, sehr schlecht gealtert. Bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, die das ziemlich unangenehm findet, dieses Aber-Sex-Mit-Fans, wenn man jetzt diese Hinweise hat und, ähm, ja, sehr, sehr, sehr unangenehm. Ich muss auch sagen, dass das Ganze jetzt ein anderes Licht auf den ganzen Mary-Content wirft, denn Meerschweinchen ist ja trotzdem so ein Thema, mit dem man sehr junge Leute sehr gut anlocken kann. Ich weiß nicht, ob es deswegen gemacht wurde, aber es passt halt jetzt alles sehr unangenehm zusammen. Ich lasse euch jetzt mit diesen Informationen mal alleine, ich werde euch zu gegebener Zeit natürlich ein Update geben, wenn es mehr gibt, wenn ich noch mehr ausgegraben haben sollte. Ja, ich möchte fast gar nicht drum bitten, dass ihr ein Like für das Video da lasst, aber macht das gerne, wenn es euch etwas gebracht hat, wenn euch das Thema interessiert, damit ich merke, ich soll öfter so etwas bringen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mal gucken, was da... Okay, also sehr interessantes Video, muss ich an der Stelle sagen. Gebt auch ein Like, danke fürs Informieren. Pass auf, eine Sache möchte ich ja aber trotzdem noch... Ich will jetzt noch mal kurz mit euch ein paar wichtige Dinge mit durchlesen, weil die haben wir noch nicht durchgelesen. Weil da gab es noch ein bisschen mehr, was interessant ist. Warte, ich mache einfach mal so hier, da seht ihr es auch. Pass auf, Folgendes. Wir müssen natürlich jetzt noch mal ganz kurz die... Damit ihr den Kontext noch mal genauer wisst. Sie hatten ja vorgelesen mit dieser Freundschaft Plus. Dann hat sie ja darum gebeten, diesen Plus-Teil zu beenden und dann hatten sie keinen Kontakt mehr miteinander. Dann hörte das auf, weil er dann ja das auch nicht mehr... Der wollte das ja dann nicht mehr weiter. Dann schrieb sie noch, während der Kontaktpause ist ihr dann praktisch bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist. Ja, also das ist zwischen dem 30- und dem 15-jährigen... Oder zwischen 30 und 50... 15-Jährigen, da kann keine Freundschaft sein und da kann auch keine Beziehung sein. Oder auch keine Freundschaft bloß. Das ist ja dann klar geworden. Dann hat sie sich auch einen Therapeuten gesucht, bloß mit Freunden drüber gesprochen und hat ihn auch blockiert. Ja, das kann ich soweit sagen, weil ich das weiß. Und er hat dann... Ja, und dann hat sich das Ganze so umsande verlaufen. Das ging auch eine Weile gut, bis er sich wieder bei mir gemeldet hatte. Dann war mein Plan, einfach nicht mehr auf seine Nachrichten einzugehen, aber das hat ihn natürlich verwirrt. Und so hat er nachgefragt. Dann hatte ich den Mut gefasst, ihm den Song 18 Plus von Queen Queen samt Screenshot der Lyric geschickt und ihn blockiert. Keine Ahnung, was dann zu sehen ist. Wenn ich ihn schon blockiere, dann soll er auch wissen, wieso. Ich hatte zu dem Zeitpunkt trotzdem nicht vor, jemals öffentlich darüber zu sprechen. Einfach, weil man bei anderen Fällen ja immer und immer wieder zu Genüge gesehen hat, wie Leute mit sowas umgehen. Aber dann gab es die Nachricht, dass Carina Push in ihrem Fall gewonnen hat und dann hat sie sich das Video angeschaut und wollte sich dann nicht mehr verstecken. Dann hat sie noch auf Twitter jemand gesehen, der auch was, der auch Erfahrungen damit hatte und sie hat dann noch geschrieben, sie hat sich getraut im Gegensatz zu mir und so kam es dann, dass dann erstes TikTok entstand und hat dann noch darüber gesprochen. Genau. So, pass auf. Jetzt kommt ein sehr einschneidendes Ereignis. Sie hat ja eigentlich gewollt, dass sie gar nicht mehr mit Can irgendwie in Berührung kommt, aber jetzt kommt Folgendes. So kam es zum zweiten TikTok. Ey, Sabrina und Nico, Dankeschön. Vielen Dank für den Sub. Ey, ja, alles gut. Ich habe vorhin auch, wir haben vorhin gegessen, deswegen habe ich es nicht gesehen. So kam es zum zweiten TikTok. Auch hier habe ich den Namen nicht getroppt, aber eben gesagt, dass Leute sofort wussten, um wen es ging. Es also dennoch bestätigt. Pass auf, jetzt kommt es. Dann kam direkt einen Tag später, vorletzten Samstag, für mich ein Schlag ins Gesicht. Er stand vor meiner Haustür. Also Can ist dann, er hat sie dann einfach besucht, ja, obwohl sie das ja eigentlich nicht wollte. Er hat sich dann entschuldigen wollen. Er wollte sich bei mir entschuldigen. Er sagte mir, er sei inzwischen in Therapie wegen vielem, aber auch, weil er auf Minderjährige steht, dass es ihm damals nie bewusst war, was er da eigentlich anrichtet und dass er wisse, dass seine Entschuldigung ein Scheißwert ist. Ich habe ihn angeschrien und gesagt, dass er bei so vielen jungen Leuten Schäden angerichtet hat, die nie wieder komplett zu reparieren sein werden, dass er mein Leben ruiniert hat und das sollte es eine Art Hölle geben, er ewig brennen wird. Nach dem Gespräch brach ich erst mal heulend zusammen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Aktion einordnen soll. Genau, weil es retraumatisieren war und das war eine sehr unschöne Zeit gewesen. Hatte dann auch noch Notfallterminen bei einem Psychologen. Genau. Ja, mittlerweile hat er sich ja dann praktisch zurückgezogen. Sie hat ja noch geschrieben, ich gehe gleich auf die Donations ein, ich danke euch erst mal. Vielen, vielen lieben Dank. Sie hat noch geschrieben, jetzt wo er sich zurückgezogen hat, habe ich weniger Angst, dass da was von seiner Seite aus kommt, wenn ich endlich richtig den Mund aufmache, obwohl ich ihm so oder so bei seinem spontanen Besuch gesagt habe, dass ich jedes Recht habe, das zu droppen und er hat zugestimmt. Okay, also, pass auf, dass das Ganze, das Ganze hat sich also noch im Laufe der Zeit noch mehr aufgepauscht und die Sache lief über viele Jahre. Die Sache lief über sehr viele Jahre, vor allem zu der Hochzeit von Apple Wars Picture, zumindest laut den Vorwürfen, die hier sind. Also wie gesagt, wir reden ja immer noch von Vorwürfen, wir reden ja nicht davon, dass es Fakten sind. Ich frage mich, warum sollte das jetzt jemand erfinden und warum sollten sich dann mehrere Leute dazu melden und ebenfalls ihre Geschichte erzählen. Aber möchte ich nur an der Stelle sagen, wir haben hier keine Beweise, wir können jetzt erst mal nur das hören oder das lesen, was erst mal geschrieben wurde. Sehr heftiges Thema und definitiv auch ein ernstzunehmender Fall und das ist eigentlich die höchste Form des Machtmissbrauers von einem Influencer, oder? Also, Junge, das ist ja wirklich, ja guck mal, ich habe Reichweite, okay, ich habe Fans und jetzt nutze ich die aus. So in der Art sieht das aus. sehr heftige Nummer und vor allem zeigt es auch, dass das was mit jungen Menschen macht, ja, dass es was mit jungen Menschen macht, wenn sie so ausgenutzt werden und wie sie auch noch halt einfach naiv sind, ja, eine 15-jährige Person kann nicht, oder weiß halt nun mal nicht, was richtig und was falsch ist, wenn es mit einer 30-jährigen oder Ü-30-jährigen Person schreibt, ja, und dann irgendwas miteinander unternimmt. So, du hast dieses Fan-YouTuber oder dieses Fan-Star-Gefühl, willst du unbedingt dabei sein und lässt sich halt schnell beeinflussen, manipulieren und das wird halt ausgenutzt, ne? Emotionale Schwächen wurden ausgenutzt und das ist krass. Also, das muss man wirklich an der Stelle sagen, ich, ich finde diesen Fall super heftig und hoffe doch, dass Can, also, es wurde noch geschrieben, dass er sich in Therapie gegeben hat aufgrund der Thematik, ne? Ich hoffe, dass er sich auf Ernst auch therapeutische Hilfe sucht, weil das ist nicht normal. Ich weiß, ich habe auch tatsächlich gar keine Ahnung, warum dieses Video, weil es ein Aufklärungsvideo ist, so viele Disikes hat, ich check's nicht ganz, aber, ähm, ja, das ist eine sehr heftige Nummer. Ich, weiß nicht, also, ich kann dazu wenig sagen, ich, äh, bin da regelrecht sprachlos, ne? Vor allem auch, wie angesehen Apple Wars Picture war, äh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so sehr. Genau. Ja, das, das nur dazu, jetzt seid ihr schon mal auf dem aktuellen Stand, was überhaupt gewesen ist mit Sam-Echse. Es gab's noch eine Person namens Ellie. Ich werde das nochmal alles zusammentragen, äh, in einem Hauptvideo auf meinem Kanal. Zumindest hoffe ich mal, dass das alles so funktioniert. Ich hab da schon ein Skript geschrieben und so weiter. Ähm, genau, und deswegen könnt ihr da auch abwarten und dann später das abchecken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gern ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Wir gehen Richtung 70.000 und, ja, viel, viel Kraft natürlich auch den Betroffenen. Mehr kann und will ich gar nicht dazu sagen. Keine Ahnung, als Algorithmus-Kommentar könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Wünscht, wünscht den Betroffenen viel Kraft oder irgendwas. Schreibt was Liebes rein. Möchte ich jetzt bei der Thematik jetzt ja nicht fordern, dass ihr irgendwas einschreibt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist eine harte Thematik, aber ich finde es, ich finde es wichtig, dass Aufklärung da stattfindet. Ja, ich wünsche euch noch was Schönes. Macht's gut. Haut rein. Ja, ich denke ich an das Wänkchen. Euer Alpha Kevin und Ciao, ciao.